Willkommen zu einer weiteren überkrassen Folge von der Queen Mose of Dana. Wir spielen Ease 8 weiter und ich habe mein Equipment umgewechselt, denn die Ausrüstung, die sah einfach schrecklich aus. In der normalen Abenteuer-Ausrüstung ist, denke ich, unser Edel am besten. Und wieso haben die eigentlich alle ihre Arme verschränkt? Oh, das sind alles voll die Macker. Er ist ein Macker, er ist ein Macker und wir sind auch Macker. Sie ist auch Macker, das sehen wir auch als Arme verschränken. Ja, dann, wenn wir den hier anquatschen, wir machen als erstes genau Interception. Wir beginnen auch die Interception und das Coole ist hier, wenn du auf Enhanced Castle Average gehst, dann kannst du deine ganzen Verteidigungsanlagen so aufstärken, dass es einfacher sein wird, dann doch irgendwie den Rang S zu bekommen. Das wird aber jetzt hier nicht mein Ziel sein. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich gehe jetzt schon davon aus, auch wenn wir auf Infernung spielen, dass wir keine Schwierigkeiten haben sollten, hoffe ich zumindest. Mal gucken, ob da irgendwo was Nützliches steht. Empfohlenes Level ist 22. Es sind vier Wellen und wir sehen irgendeinen Killerkrebs. Beast around the village again. Split into two groups with doggy and hold the line. Ja, machen wir. Wir gehen direkt mal ans Eingemachte. Ist so eine Art Aufwärmrunde für dann den Endgeater, den wir nachher haben. So, mal kicken. Wo muss man hin? Ach, ich hätte wechseln sollen. Und zwar meine Skills. Ja, warte mal. Machen wir auch direkt mal. Ich gehe mal auf Great Anchor, denn das haben wir ja beim ersten Interception Modus schon festgestellt. Das ist eine sehr, sehr nützliche Fähigkeit, dass wir den Gegner auch direkt mal unterbrechen können. Ja, fett, genau so muss das aussehen. Ja, und der Skill! Hab ich auch nochmal in den Kommentaren gelesen. Ich hab den erst gar nicht so für so gut gefunden, aber ich hab dann festgestellt, tatsächlich kannst du den Dauerspammen. Das macht diesen Skill extrem nützlich. Hier, pass mal auf. Wenn du den benutzt, kannst du in der Luft den andauernd Dauerspammen. Und ich hab auch gelesen, der kann auch den Gegner paralysieren. Das wusste ich noch nicht. Spielt aber auch keine Rolle. Und ich muss sagen, also, wenn das die erste Welle ist, alter Vater, dann haben wir einiges zu tun. Noch haben wir keinen Schaden genommen. Äh, sind wir immer noch in der ersten Welle? Boah, krass. Und was, Dwight, Level 2? Tatsächlich, das war die erste Welle. Das war die beschissene erste Welle, alter. 12.000 Punkte. Ich hab keine Ahnung, ob das gut gewesen ist, aber wir haben zumindest keinen Schaden genommen. Ja, wo geht's jetzt los? Sehen wir irgendwo, welche Kinder kommen? Ach, die sind schrecklich. So, und damit haben wir auch das erste Mal Schaden bekommen. Nein, Mist, ich wollte es ändern. Ich wollte es ändern. Ich habe auch hier den Kommentar gelesen, dass man die Skills anders bestücken kann. Ich hab's vergessen. Ich hab's leider komplett vergessen. Fail, 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 fail. Aber egal. Mal gucken, ob wir das jetzt noch irgendwie machen können. Die Tastenbelegung. Hier, Button-Configuration. Der L3-Button soll wohl noch frei sein. Ähm, extra, was? R1-Plus-L1. Nein, auf keinen Fall. Machen wir anders. Ja, so ist doch schön, oder? Aber ich glaube, du musst trotzdem R1 drücken, weil da steht's ja extra Skill in Klammern R1-Plus und dann darfst du dir eben zwei Sachen auswählen. L3 und, ähm, ich hab bei beiden L3 genommen. Macht ja recht wenig Sinn. Das heißt, es dürfte jetzt wohl sein, welchen Knopf ich drücke. Der R3-Button hat ja sonst auch keinen Sinn, oder? Ja, dann kann das zukünftig nicht passieren, dass ihr nochmal hier irgendwie, ich aus Versehen den Special Skill benutze. Oh, da oben sind sie. Ja, der Wirbelstuhl ist ziemlich nice. Wenn ich den in einer Kindergruppe rein spamme, ich glaube, das bricht mir auch am meisten. Ja, den Skill, den können die... Oh, was da ist? Riesen dicke Monsterkrabbe. Boah, was hatten wir für Lebenspunkte? Ich glaube, hier komme ich besser, wenn ich unsere Suppe trinke. Und zwar, wo haben wir's denn? Wo haben wir's denn? Usable Items. Das Fisch-Soup. Way great plus... Ja, ich denke, das ist hier in dem Interception-Modus eine sehr sinnvolle Tätigkeit, die wir machen sollten. Weil ihr habt's gesehen, der hat verdammt viele Lebenspunkte gehabt. Und hier geht's ja auch nach Zeit. Entweder meine ganzen Charaktere, die werden stärker, dass ich dann hier keine Schwierigkeiten habe, irgendwie auf Rang S zu kommen. Oder ich beschleunige einfach mit Hilfs-Items genau diesen Modus, dass ich Rang S einfacher schaffe. Und wenn die Break-Wait nach oben getrieben wird, kommt mir ja nur zugute. Ja, wir haben zwar keinen No-Damage-Bonus bekommen, aber 2000 Bonuspunkte waren's trotzdem. Die haben wir ja in der ersten Runde auch nicht erhalten. Und unsere Verteidigungsanlagen, die stehen auch immer noch da. Da oben. Die springen nach unten. Ja, die sind dann wie die Wölfe. Die sind wie die Wölfe. Es bringt, glaube ich, dann hier auch wirklich nichts, nach oben zu gehen. Ja, und der Skill ist schon ziemlich nice. Groß Lauf. Kram, 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 kram. Ja, ich muss nur aufpassen, dass ich nicht krebiere. Das war's. Okay, die Welle 3 war ziemlich kurz. Unsere Base-HP ist auch immer noch am Leben. Und kriegen wir dann auch mehr Bonuspunkte, je mehr dieser Decoys wir haben. Ich meine, ich weiß, dass der Bonus steigt, je mehr wir davon eben am Leben erhalten. Was ist denn, wenn ich jetzt 6 habe und auf 16 erhöhe? Geht dann natürlich nicht, aber wir können dann noch mehr Decoys hier hinpflanzen. Ob dann die Punkte auch steigen? Final Wave? Ja, hat er leider den Zaun zerstört. Ein bisschen Käse. Ja, ich warte. Ich warte hier unten. Irgendjemand wird schon kommen. Jetzt geht's wieder los. Oh, zwei auch noch. Jetzt, skill, 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 skill. Mach doch ein Skill. Aber das ist doch gar nicht scheiße Mist. Ich dachte, wir hätten ihn schon. Jetzt. Skill, 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 skill. Immer noch nicht. Aber das ist doch gelb. Das ist doch gelb, oder nicht? Jetzt. Yes. Hat gereicht. Okay, das reicht zumindest aus, um die Kram zu erledigen. Und was auch aufgefallen ist, man schafft es zweimal, den Special Skill zu aktivieren. Okay, damit sind die Krabben auch permanent besiegbar. Naja, Rang S wird's nicht gewesen sein. Aber ja, das war zumindest hier der zweite Interception-Modus. Und man kriegt hier in einer Tour coole Items. Das heißt, wenn man Itemmangel hat, dann kann man genau diese Interceptions benutzen, um zu farmen. Da bin ich mal gespannt. Rang A. Naja, ist aber völlig okay. Völlig in Ordnung. Ich weiß nicht, ob wir dann bei jedem Interception-Modus auf knapp über 80.000 kommen müssen. Mache ich aber später. Hier ist Two-Age Mess mal 30. Flexible Branch auch mal 30. Small Leaf. Sweet Remedy kriegen wir sogar einmal. Die Remedys, das sind Erfahrungspunktegeber. Und ein First-Time-Bonus. Iron Ore mal 5. Bullfrode Mukus. Und Defense Elixier. Ja, so kann es gehen. So einfach kann es sein. Das war schon mal ein voller Erfolg. Haben wir noch irgendwelche Nebenquests? Nee, leider nicht. Aber das ist dann, was ich euch auch noch gar nicht gezeigt habe. Wenn wir hier auf unseren Strand gehen. Ja, da hinten ist ein Schiff. Ich konnte tatsächlich ein Boot bauen. Und es gab auch so eine kleine Cutscene. Da habe ich mich mit mit unserem Doggy unterhalten. Und der hat uns immer irgendwelche Fragen gestellt. Was wir wohl nehmen sollten. Wir sollten Auswahlen treffen. So 50-50 Chance. Ich habe keine Ahnung, ob das dann später irgendeinen Einfluss auf irgendwas hat. Aber ich hatte einmal falsch gelegen und zweimal hatte ich richtig getippt. Aber ob uns das was bringt, keine Ahnung. Und ich habe mich so gefreut, dass wir hier ein Schiff haben können. Aber ich kann nicht rausfahren. Ich kann nicht rausfahren. Wozu haben wir hier das Schiff? Doggy hat noch gesagt. Ja, hier, der Käpt'n Barbarossa. Der will, dass wir schon mal draußen hier die Küste ein bisschen abfahren und gucken, wie der Wellengang ist. Dass wir es später einfacher haben, hier zu escapen. Ja, das ist ein guter Plan. Wenn irgendjemand hier das Schiff auch benutzt würde. Keine Sau ist hier. Keiner hat Bock, das Schiff zu benutzen. Und wie gerne würde ich hier um die ganze Insel streifen. Aber ich darf nicht. Ich darf nicht. Ich schnief, schnief, so ein Schlotz. Äh, war die Kiste schon immer hier? Ein Stärkungselixier. Also momentan benutze ich alle Elixiere, die mir einen dauerhaften Boost geben auf unsere Statuswerte für meinen Haupthelden, den Eddle. Ob das clever ist? Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich mir den dann doch irgendwie aufheben für... fürs Endgame. Ich bin da immer so ungeduldig, weil gerade hier im Inferno-Monus ist ja jede Stärkung auch angebracht. Ja, ich glaube, die sollte ich mir nicht aufsparen. Vielleicht sollte ich auch hier schon direkt mal die nächsten Elixiere benutzen, um mich aufzupippen, wa? Various Effect Bestiary Potion. View Targets Held Item in Optin-The-Following-Effekts. Max HP plus 100, Stärke 3, Defense 3. Oh, fett! Dauerhaft? Wie fett ist denn das? Aber was bringt uns das? Uns anzugucken, was unser Gegner für Items hält. Ist das nicht völlig Wurst? Base Defense plus 3 und Base Stärke plus 3. Und wenn wir mal auf Edel gucken, naja, vielleicht sollte ich die Stärke dann doch unserem allerstärksten geben. Und ich finde es auch völlig faszinierend, dass das Hummel auch schon eine Ausgangsstärke von 100... 167 hat? Wieso ist denn der so stark? Ich meine, das ist ja an und für sich ein Fernkampfangreifer. Und dass der die höchste Verteidigungspunkte anzahlt, ist auch irgendwie komisch. Also der ist von den Statuswerten her bisher der Beste. Den musste ich irgendwie versuchen, mehr HP zu geben. Aber gut, mit dem spielen wir aber trotzdem heute noch nicht, weil es ist eine Gewöhnungssache, mit dem zu zocken. Ja, dann haben wir den Teil 1 schon mal geschafft. Gehen wir direkt mal auf die Karte. Oder kann ich vielleicht mit Hummel hier diese... diese Stachelmonster besiegen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir kriegen irgendwann eine Einführung oder einen Skill. Ähnlich wie die Handschuhe, wo wir klettern dürfen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nein, egal. Okay, dann Teleport zurück in Eroded Valley, wo ganz, ganz viele E-Krafte Spinnen gehaust sind. So, und jetzt bin ich gespannt. Hier wird es doch 100 pro zu einem Endkampf kommen. Alles andere würde mich jetzt hier komplett überraschen. Ja, und hier, hört mal. Hört ihr das? Es ist ruhig. Und ihr wisst, was das bedeutet. Und mir ist sofort aufgefallen, wir haben hier bereits im Sichtfeld drei Kristalle, die für einen Benommenheitsstatus sorgen können. Oh, es ist keine Spinne, es ist ein Tentakelmonster. Lombrios, Blind Evil Tunnel, der Gannerfood. Boah, es sind vier. Es sind vier Tentakel. Nein, ich will doch nur benommen machen. Ich kann nicht. Wieso kann ich denn die Diggerie abschlagen? Was ist denn das für ein Scheiß? Ich kann nicht, Chris Halle nimmt mich nicht abwunsen. Ich meine, bringt das irgendwas? Bringt gar nicht, war? Nee, ich glaube, das hat gar nichts gebracht. Ja, wie ärgerlich. Oh, da muss ich mir was einfallen lassen. Ich werde mich mal kurz hier besiegen lassen. Und wir haben gerade gesehen, normalerweise sorgen ja die Kristalle dafür, dass du den Gegner benommen machen kannst. Und Edel macht dir den meisten Schaden. Also hier würde dann schon der Stärketrank irgendwas bewirken. Weil ich sollte hier von weiter weg angreifen. Ja, da muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren. Naja, ich meine, immer im Kreis ist ja das eine, aber okay, die haben nicht so viele Lebenspunkte. Na ja, vor allem vielleicht bringt's ja auch gar nichts. Vielleicht bringt es hier keine Punkte, die zu besiegen, weil die sich regenerieren können. Ja, dass ich jetzt sterben ist erstmal nicht so wild. Lebenspunkteanzeige? Okay, also was willst du denn hier machen? Was willst du denn hier machen? Vielleicht bist du hier besser dran, wirklich immer im Kreis zu laufen. Und immer hier so eine Fernkampfattacke. Oder ich warte einfach hier. Nee, kann ich nicht. Und ich bin vergiftet. Alles klar, das heißt, ich sollte mich auch unbedingt umrüsten. Ja, kann ich nicht mehr. Ach, und wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich hätte speichern sollen, weil wenn ich jetzt den Kampf abbreche, muss ich den Interception-Modus nochmal machen. Mist. Hm. Hmm. Lauf, 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 lauf. Fuck, alter, fuck. Das war gut. Okay, ist der erste schon mal weg. Ich glaube, die haben auch unterschiedliche Lebenspunkte. Das war ein bisschen zu spät gedrückt. Ein bisschen zu spät gedrückt, aber ich glaube, ich mache das doch hier mit Laksia. Die ist meiner Meinung nach die beste Angreiferin hier in dem Kampf. Ich weiß nicht, ich könnte natürlich auch mal auf ihn wechseln. Aber ich habe seine Skills halt nicht studiert. Ich weiß nicht, ob der in dem Kampf dann vielleicht doch besser wäre. Keine Ahnung. Aber mit Laksia komme ich jetzt ganz gut hin. Deswegen versuche ich, das mit ihr über die Bühne zu bringen. Mal gucken, ob das dann funktioniert. Oh, der hat jetzt ein Schwein gehabt. Ich bin genau in die Falschritte gelaufen. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ja, ein paar Mal hat er Kindes in Ordnung. Ein paar Mal hat er Kindes völlig in Ordnung. Und er ist weg. Nummer zwei ist weg. So, das Ding werde ich jetzt aussitzen. Und vor allem, das Geile ist ja, hier kommt ja noch ein Kampf. Das hier ist ja nur vorgeplänkelt. Das ist nur vorgeplänkelt. Das ist so ätzend. Nein, noch schon wieder zu lange gedrückt. Ah, Mist. Mann, die ganze Zeit lief's gut. Und jetzt hatte ich nur zwei Gegner und ich schaffe es nicht, den auszuweichen. Ich könnte kotzen bei dem Kampf. Ich weiß nicht, warum der so beschissen ist. Ja, warum bin ich gleich so? Hier, komm, komm, komm. Action, 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 action. Es ist nur noch einer. Ja, Kimein. Ja, einmal, einmal, nein. Lauf. Immer einmal angreifen und dann ab. So, jetzt. Hier, es kommt der dicke, fette Boss. Boah. Und er macht noch mal ein Lauf. Nein, diese Strahlen. Ich hasse sie. Spam, 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 spam. Boah, er hat uns echt erwischt. Ja, bei dem bin ich echt angespannt. Eigentlich müsste man an der Attacke wesentlich einfach ausweichen können. Ich weiß nicht, warum ich das nicht schaffe. Und schon wieder. Ich hab's schon wieder nicht geschafft, ihn auszuweichen. Boah, ich weiß nicht, wie ich da ausweichen soll. Nach oben springen bringt ja auch nichts. Der kommt ja nach oben. Und wenn ich nach oben springen triffe, dann bin ich ja trotzdem. Das macht ja keinen Sinn. Haben wir noch irgendwas cooles? Hier, Fischsuppe. Yes, das war gut. Attacke, 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 attacke. Lauf, lauf, lauf. Jetzt bin ich gespannt. Bringt das irgendwas? Oh, der verliert aber nicht so wirklich so viele Lebenspunkte. Ich hoffe, der hat mich noch in irgendeiner anderen Phase. Ich bin mega schlecht ausgewichenen Scheiß. Aber ich hab noch ein paar Wiederbedingungssachen. Nein. Och, und schon wieder. Ich kann dieser Scheiß-Attacke nicht ausweichen. Was ist denn das? Ich meine, ich weiß, wann der nach oben kommt. Und trotzdem schaffe ich das nicht. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Okay, man muss hinter dem stehen. Nein, lauf, 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 lauf. Jetzt. Yes, nochmal. Greif an, Edel, greif an. Du schaffst es. Lauf, 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 lauf. Nein. Ja, das ist aber wichtig, weil ich ihn nicht ausweichen kann. Mist. Ja, Mann. Dieser Raum ist auch zu klein. Irgendwie ist der Raum zu klein. Und ich trau mich auch nicht, auf die Kristalle zu schießen. Vielleicht ist ja dieser große Wurm anfällig auf die Kristalle. Vielleicht kann ich den benommen machen, wenn es hier ein bisschen heller wird. Weil bei den Tentakeln hat es ja nicht funktioniert. Aber die sind auch ein bisschen weit weg. Und ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht, da jetzt hinzugehen und das zu testen. Wenn ich jetzt auf Stufe einfach spielen würde, würde ich es testen. Aber trau ich mich nicht. Ich trau mich nicht. Weil die müssen doch irgendeinen Sinn haben. Die Dinger müssen doch irgendeinen tieferen Sinn haben. Die muss ich doch hier für den Endkampf benutzen können oder nicht. Nicht ausgewichen. Alter, wenn ich jetzt sterbe, rast dich mal richtig aus. Fuck. Genau den falschen genommen. Ich habe gerade den falschen genommen. Oh, boah. Endlich. Endlich ist er weg. Ja, die Teile hier. Die Teile. Ich habe keine Ahnung, ob das noch irgendwas gebracht hätte. Boah, ich bin so froh, dass er weg ist. Ich bin so froh, dass dieser Scheiß Wurm weg ist. Oh, durchatmend. Das war eine Herausforderung. Also am Anfang, ja keine Ahnung. Von der Strategie her. Ich weiß ja nicht, wo ich jetzt geschnitten habe. Ich werde wahrscheinlich den letzten erfolgreichen Kampf einfach hinten ran geschnippelt haben. Und meine Strategie sah einfach so aus. Ach, ihr habt es ja gesehen. Am Anfang kann es ja nur ausweichen. Immer nur rennen, rennen, rennen. Und ich habe keine Ahnung, warum das für manche so ein total Überskill ist. Dieser Block-Skill, der hat man hier in dem Kampf auch gar nichts gebracht. Du musst ja trotzdem den Gegner antizipieren, wann er angreift. Und wenn du hier wie jetzt vier Gegner um dich herum hast, du kannst den Knopf hier nicht dauerst. Also ich finde das Spiel ist nicht zu einfach, weil man hier einen Block-Skill hat. Entweder stelle ich mich da viel, viel zu blöd ein, aber die anderen machen irgendwas anders. Also war eine Herausforderung. Das Ding war eine Herausforderung. Und ihr habt es gesehen, der große, dicke, fette Wurm, wenn er die Strahler-Attacke macht. Es bietet sich an, immer hinter dem zu stehen. Ist mir jetzt aber auch erst zum Schluss aufgefahren. Das ist mir während des Kampfes vorhin leider völlig entgangen. Mal gucken, was wir hier haben. Glowstone! Wir haben Glowstone bekommen. Nice, dann haben wir endlich mal ein bisschen Licht. Lights up the surroundings when worn. A must have two adventures in Dark Rears. Oh, und ich mache mir die Mühe und könnt ihr euch noch an die eine Höhle erinnern, wo wir gewesen sind. Wo es Stockduster gewesen ist. Wo ich nicht wusste, wie ich da durchkommen soll. Mit diesem Glowstone! Das heißt, ich war zu früh dort. Ich bin viel zu früh da lang gegangen. Mist! Wird direkt mal ausprobiert. Ja, nice. Oh, fett. Das ist schon ziemlich cool. Oh, aber dieser Kampf, Alter. Dieser Art Kampf. Vor allem, wie oft uns dieser Boom auch erwischt hat. Ja, aber fett. Das mag ich. Da ist der Sieg umso schöner. Wenn man es geschafft hat, da ist die Freude einfach riesengroß. Ja, und jetzt habe ich aber trotzdem ein Problem, denn mir fehlen Lebens-Regenerations-Items. Ihr habt ja festgestellt, ich habe fast alle meine Wiederbelebungssachen verschwendet und verbraucht. Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr, um mich wieder zu überleben. Aber wisst ihr, wo wir die herkriegen? Entweder wir gehen zu Mining-Spots oder wir gehen zu irgendwelchen normalen Angelplätzen. Ach, noch nicht mal Angelplätze. Einfach die Route rein mit irgendeinem Köder rein ins Meer und wenn man Glück hat, kriegt man da auch reife Früchte, die einen wiederbeleben. Und vor allem, welche Wiederbelebungsfrüchte es sind, spielt gar keine Rolle. Ob die 100, 200 oder einen Lebenspunkt regenerieren. Das ist komplett Brust. Hauptsache, man ist wiederbelebt. Ich glaube, hier in meinem Pferdemodus spielt das eine viel wichtige Rolle, dass du viele dieser Wiederbelebungssachen hast, anstatt dieser Aufheilungen. Ich meine, ich habe mich auch aufweilen können. Ja, hätte ich machen können. Weil es ist ja jetzt nicht so gewesen, dass in diesem Kampf man gewonnen hätte wurde. Habe ich leider nicht darauf geachtet. Ist mir entgangen. Und man sollte unbedingt Gegengift ausgerüstet haben. Ja, und Stärke und Defense. Ich überlege, ob ich das Laxia gebe, weil das ist schon cool, wenn... Also ich habe mich an ihren Skill jetzt gewöhnt. Und dieses Dauergebäsche von oben, das macht riesen viel Spaß. Ja, ich sollte mich vielleicht dann mit den Skills dann ein bisschen länger beschäftigen, um die Vor- und Nachteile herauszubekommen. Und jetzt kann ich auch langsam anfangen, auf Hummel zu wechseln. Nein, egal, ich hebe die mir trotzdem erstmal auf für den nächsten Endboss. Und das hier, ja, keine Ahnung, ob ich das dann irgendwann mal überhaupt benutzen werde. Aber das Aufzusparen bringt ja auch nichts, weil allein schon wegen den 100 Lebenspunkten lohnt sich das Item ja schon. Hm, naja, später. Machen wir alles später. Ja, gehen wir erstmal hier in der Story weiter. Mal gucken, was passiert. Boah, na, da, da ist der Fall von einem Riesen-Geter zum nächsten. Wieso hatten wir vor allem so viele Lebenspunkte? Was ist denn mit dem los? Alter, 600, Spinner! Wir müssen jetzt mal, Alter, wir hatten gerade einen Postkampf. Wir hatten noch gerade einen Postkampf. Der soll mich umruhen lassen. Yes, Boeck, endlich. Er ist gebrochen. Boah, ein Level ab. Boah, da wird er immer, da wird er immer anstrengender hier. Ja, komm, ich gehe jetzt mal hier auf den Stein, weil er sieht so aus, als ob er hier... Abkürzung? Ja, das ist eine Abkürzung. Aktiviere ich mal ganz kurz. Blöd nur, dass ich dann gerade eben diesen Vogel besiegt habe. Völlig unnötig. Nee, ist keine Abkürzung. Oder? Hier ist nur eine läppische Truhe. Ich mache das Ganze nur für eine Truhe, Mist. Erfahrungspunkte? Ja, nice. Das hat sich gelohnt. Ja, da haben wir hier die Truhe auch geholt, aber leider gibt es ja auch nicht mehr. Es gibt hier nicht mehr abzugrasen. Ich dachte, ich hätte jetzt nicht hier das irgendwie geschafft, die Abkürzung freizuschalten. Leider nicht. Ich würde gerne nach dort drüben kommen. Na, kriegen wir schon irgendwie hin. Ich hoffe, dass der Erblindungseffekt weg ist, wenn ich jetzt hier die Höhle verlasse. Habe ich noch? Ich habe ihn echt noch. Na egal, wir haben ja noch ein paar Items. Hier, eyedrop. Ja, und den Vogel, den besiege ich auf keinen Fall nochmal. Ich brauche einen Speicherpunkt. Ich brauche hier irgendwo muss ein Speicherpunkt sein. Na vor allem, ich bin ja völlig begeistert, dass wir nicht kleben geblieben sind. Wir sind voll über Spinnnetze gelaufen. Normalerweise müssten wir hier kleben bleiben. Und dann müssten die uns voll attackieren, ohne dass wir irgendeinen Hauch einer Chance auch nur hätten. Also, wir haben anscheinend sehr, sehr gutes Schuhwerk. Ja, so muss das gehen. Einfach nur anvisieren und den Rest macht unsere Meute. Ich gehe erstmal hier nach links, weil... Wir müssen die Abkürzung freischalten. Hilft ja nichts. Ja, hier ist die Höhle. Na endlich. Wir haben es geschafft. Wir haben die Abkürzung freigelegt. Juchu. Und Iron Ore. Na, ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir erkunden draußen die Gegend noch ein bisschen. Und vielleicht... Wann kann ich hier runterfallen? Ne, kann ich nicht. Eigentlich schade, denn bei Xenoblade Chronicles, da konntest du ja auch unter Sturzlaster eben dafür ein paar Lebenspunkte verloren. Ne, den lasse ich am Leben. Dem müde sich auf keinen Fall. Habe kein Bock. Vor allem, der Mott hat eh zu viel Schaden. Fuck. Hat ja super geklappt. Ich wollte blocken. Ich wollte einfach nur blocken. Hat gar nichts gemacht. Wild Manuel. Ich meine, hier muss doch irgendwo was zum Abspeichern sein. Die sollen wir alles wohl lassen. Ich bin nicht in Ruhe. Bitte irgendwas zum Speichern. Irgendwas zum Speichern. Bitte, bitte, bitte. Weil ich... Ich muss mich erholen. Oh, wie lang der Weg auch ist. Krass. Boah, das ist mega krass, wie lang dieser Weg ist. Und selbst hier gibt es noch keinen Speicherpunkt. Oh, guck mal, wie schön das hier drin aussieht. Äh, Ausgang? Äh, Ausgang? Ja, wir sollten hier auf die Karte gucken. Ja, wir sollten hier auf die Karte gucken. So, und hier. Na, endlich. Hier ist ein Speicherpunkt. Wir haben einen Speicherpunkt gefunden. Juhu. Noch nie war die Freunde so groß. Ah, und eine Piraten-Memo. Nummer 3. Ja, der Piratenaufstand, der wurde unterbrochen, weil irgendein Biest einen Partner gekillt hat. Und dieser Typ, der den Aufstand geplant hat, ist der das hier? Wir wissen es nicht. Wahrscheinlich gibt es noch eine andere Memo. Ja, aber es ist, wie ich gerade gesagt habe, ich muss hier unbedingt durchatmen. Der Kampf, der war so herausfordernd. Ich muss erstmal hier ein bisschen Pause machen. Und wir haben auch fast die Gegend erkundet. Ich werde hier jetzt in aller Ruhe nochmal lang gehen und versuchen, alles zu holen, was ich vergessen habe. Na, wobei, wir sind ja jetzt so fast hier am Ziel, wa? Warte mal. Hier geht die Story weiter. Ich habe hier mal einen kleinen Schnitt gesetzt, weil es ist immer sehr, sehr schwierig abzuschätzen, wie viel Zeit denn tatsächlich für die Folge schon draufgegangen ist. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Es sind 40 Minuten. Und wenn wir jetzt hier noch eine kleine Story-Erzählung haben, ist das ja okay. Deswegen gehen wir da nochmal hier nach unten. Weil es wird ja wohl jetzt die Story hier weitergehen, oder? Oder? Ey, oder sagt es nicht, jetzt kommt ja nochmal ein Bossfight. Ich meine, es ist schon wieder so auffällig ruhig. Und, ey, das ist doch hier ganz klar eine Spinnenhöhle. Ey, nee, Leute, das kann ich machen. Warte, ich gehe hier nicht rein. Ich gehe hier auf gar keinen Fall rein. Weil das ist doch hundertpro wieder irgendein Endfight. Ja, man kann es hier auch nicht erkennen. Aber hier wird auf jeden Fall... Na, nee. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass letztlich hier zwei Bosse haben nacheinander. Oder? Na, ach, was soll's. Okay, auf geht's. Das wird, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist ein Spinnenkampf. Ich sag's euch, das ist, das wird hier ein Spinnenkampf. Das gibt's nochmal als nächste Folge. Macht's gut. isol. ăăăăăăăăă! Vielen Dank.